spaß beiseite freunde herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar habt ihr es ja schon in der video beschreibung gelesen heute soll es ein wenig um das thema internet medien und so weiter gehen ich würde mal sagen wir fangen so an dass ich einfach mal in den raum werfe dass die menschen sich immer weniger irgendwas hinterfragen meine persönliche meinung ist dass die menschheit einfach verdummt ja wenn irgendjemand irgendwas erzählt dann wird es so geglaubt die sache ist so sei es ob euer freund euch irgendetwas erzählt oder euch die medien irgendetwas vorgucken es wird einfach von anfang an einfach geglaubt ich würde mal sagen fangen wir ganz vorne an ihr werdet schon von klein auf irgendwie erzogen eure eltern geben euch sachen vor erziehen euch erzählen euch irgendwas und ihr glaubt das ganze ab ihr hinterfragt nicht hey mama warum ist das so oder warum ist das so selbst wenn ihr hinterfragen würdet eure eltern und einfach sagen es ist also die sache ist die selbst wenn ihr später dann in die schule geht ja werdet ihr in einer gewissen art und art und weise gebildet erzogen immer in eine bestimmte richtung ich habe ein buch auf den tisch geknallt wo bestimmte sachen drin stehen und so ist es ja genau das müsst ihr lernen und so müsst ihr es machen wenn es nicht macht schreibt ihr schlechte noten also hinterfragt ihr das ganze gar nicht ihr sagt einfach von anfang an ja okay das ist halt so die sache ist die egal was da drin steht was die menschen vor zigtausend jahren gemacht haben sollen oder was hitler in seiner zeit gemacht hat ich persönlich glaube es zum beispiel nicht was ich nicht gesehen habe glaube ich nicht ja das meiste mag sein dass es stimmt aber es gibt bestimmt gewisse sachen die stimmen so einfach nicht gehen wir über zu den nachrichten zu den news vorab wird sowieso erstmal entschieden was überhaupt die menschheit erfahren soll und was nicht viele sachen werden erst gar nicht veröffentlicht und wenn sich die medien zu einer sache äußern müssen dann wird meistens auch irgendeine sache einfach erfunden was plausibel klingt was für die menschheit zu glaubhaft rüberkommt ich würde mal sagen ich werfe mal ein paar sachen in den raum mag sein dass sie stimmen mag sein dass sie nicht stimmen fangen wir mal an mit dem thema anschläge sind ja zurzeit sowieso ein wenig mehr geworden letztes jahr und vorletztes jahr glaube ich waren auf jeden fall einige es ist ja so komischerweise wird komischerweise wird ja jeder anschlag zu der isis bekannt gemacht außerdem wird irgendwie an jedem tatort komischerweise ein geldbeutel gefunden wo ein ausweis drin ist und derjenige schon ja keine ahnung schon seit längerer zeit gesucht wird oder als oder als verdächtiger gilt solche sachen hinterfragt auch kaum einer die menschen glauben es einfach wir sagen einfach es war wieder einer von dem oder gehen wir mal ein wenig weiter zurück 9 11 war das ganze wirklich ein terroranschlag oder war es vielleicht von der us-regierung geplant sollte das ganze vielleicht nur so aussehen ich sag dazu jetzt mal nichts informationen die ihr haben möchtet könnt ihr euch gerne selber beziehen mittlerweile ist ja auf jeden fall schon bekannt dass das ist kein terroranschlag gewesen sein soll ich wurde schon von klein auf beigebracht oder erzählt dass es in afrika gar kein wasser gebe oder dass sie nicht zu essen hätten keiner hinterfragt sich überhaupt ist es vielleicht nur in gewissen gebieten so es könnte ja sein dass sie doch essen und trinken haben nur natürlich haben sie es schwer da drüben aber vielleicht kann man das so ja nicht verallgemeinern und es werden in den medien nur die nur die schlechten seiten des landes gezeigt auf jeden fall keiner hinterfragt sich das niemand war in afrika niemand hat selber gesehen ich habe es nicht selber gesehen oder letztes jahr was glaube ich ja genau letztes jahr die die debatte mit erdogan in der türkei dass es dort so gefährlich sei ich erzähle euch mal ein persönliches ereignis von mir und zwar habe ich einen spiegel für mein zimmer hier anfertigen lassen und den gab es so in der größe wie ich den haben wollte nicht zu kaufen auf jeden fall bin ich dann nach köpking gegangen da gab es einen laden von einem älteren herrn bei ihm kann ich solche sachen anfertigen lassen und dann habe ich das ganze anfertigen lassen und er meinte ja okay in einer woche kannst du das ganze abholen das ist fertig geschliffen dann habe ich zu ihm gesagt ich bin aber zwei wochen im urlaub nach zwei wochen habe ich dann den spiegel abgeholt und er meinte dann zu mir ja wo warst du überhaupt im urlaub habe ich gesagt ich war in der türkei und er gleich direkt so in der türkei da kannst du gar nicht hinreißen dort ist doch viel zu gefährlich dann habe ich zu ihm gesagt ja waren sie dort er hat natürlich nein gesagt ich habe gesagt ich war dort auf jeden fall was will ich damit sagen punkt eins die menschheit glaubt einfach alles was ihnen was ihnen erzählt wird sie glauben alles was die medien ihnen vorgaukeln habt ihr selber gesehen habt ihr selber erlebt nein habt ihr nicht es denkt auf jeden fall keiner drüber nach ich habe auf jeden fall noch ein anderes persönliches ereignis ich will es nur kurz so ansprechen ich will es auch nicht weiter weiter so in die länge ziehen ich hatte einen autounfall gehabt ist jetzt schon fast zwei oder drei jahre her ja ich glaube zweieinhalb und in etwa es so dass ich auf jeden fall auch teilschuld an dem unfall gehabt aber es war so dass ich etwas schneller gefahren bin mir ein taxi die vorfahrt genommen hat und ich dann ausgewichen bin ich habe dann drei stehende autos mitgenommen zur info noch dazu gesagt das ganze hat sich vor dem polizeirevier ereignet da gab es eine kreuzung und ja es war so dass auf den ersten blick so dastand dass ich auf jeden fall die volle schuld hätte es waren auf jeden fall drei lage neue autos von polizisten gewesen die drei autos waren von beamten ich wurde dann gleich aufs revier mitgenommen zum verhör weil mir ein paar bestimmte sachen vorgeworfen wurden und es war so dass mich ein bestimmter ein bestimmter polizist auf dem kicker hatte dazu müsst ihr noch wissen mein auto war getunt was die ganze so ein bisschen schwierig gemacht hat ja auf einmal kam ein kam so ein oberkommissar ein älterer mann auf jeden fall ins zimmer und sagte zu dem polizisten du gehst jetzt wieder raus und ich dachte mir was geht jetzt an auf jeden fall hat er sich hingesetzt und fing auf einmal an mit mir zu reden dann haben wir durchgesprochen dass wir den polizeibericht zusammen zusammen durchgehen so wie er ihn an die staatsanwaltschaft weiter gibt da es ein etwas größerer unfall war ich durfte mein führerschein behalten auf jeden fall und es war so und es leute ihr müsst euch eins vorstellen ich habe die ganze sache erst danach richtig verstanden ich saß in dem raum drin und der alte mann war völlig freundlich zu mir und also der alte polizist es war so dass er dann die ganze geschichte so hingedreht hat in dem polizeibericht dass ich nicht zu schnell gefahren bin alles eingetragen war etc pp und natürlich zu meinem vorteil und ich saß ich saß nur geschockt drin und denkt mir was geht ab ja auf jeden fall wurde das ganze dann so weitergeleitet ihr denkt euch bestimmt was hat das ganze jetzt damit zu tun das ding ist ja das ding ist ja die sache wurde dann einfach so dargestellt so wie das der polizist geschildert hatte und ich habe dem ganzen zugestimmt es war ja auch positiv für mich die ganze aktion was ich damit sagen will später weder die staatsanwaltschaft weder die staatsanwaltschaft noch der richter hat sich auch über hier überhaupt hinterfragt ob das ganze so stimmen kann ihr wisst natürlich nicht den ganzen hintergrund aber auf jeden fall war es nicht so wie das ganze dann im polizeibericht stand und ich habe es später verstanden dass zu dem vorteil von dem polizisten ging dass die versicherung auch den schaden direkt übernimmt auf jeden fall kann man dazu auf jeden fall was kann man daraus schließen im endeffekt gibt es immer jemanden der die macht hat und derjenige entscheidet wie es die öffentlichkeit erfahren oder wie etwas erzählt wird egal ob es in den medien ist oder sonst irgendwo im endeffekt ihr wisst doch alles selber die armee ist in auslandseinsätzen tätig und es wird in den medien immer so oder so dargestellt wie der einsatz verlief etc pp und es gibt natürlich immer auch es gibt natürlich auch immer geschützte dokumenten zu den einsätzen geheime dokumente die natürlich keiner sehen soll warum nicht weil der einsatz eventuell anders verlaufen ist aber niemand hinterfragt sich das andere sache ich habe schon des öfteren auf facebook irgendwelche videos gefunden mit der überschrift bitte liken teilen nach dem motto teilt das ganze das auch jeder sieht irgendwelche videos die nicht an die öffentlichkeit gelangt sind irgendwelche videos die jeder sehen soll irgendwelche videos die die medien verschwiegen haben und ihr müsst mal beobachten irgendwann wenn die videos eine gewisse reichweite erreicht haben werden die videos gelöscht die videos werden runtergenommen und dann steht explizit irgendwas drin von das video enthält gewaltdarstellung oder sonstiges müsst ihr mal beobachten ich meine der ein oder andere kennt es bestimmt ich habe auch schon ein paar videos gesehen sei es dass polizisten auf irgendjemand unschuldig zu sechst eingeschlagen haben oder sonstiges aber darüber könnt ihr euch euer eigenes bild natürlich machen das ist eigentlich auch eine perfekte überleitung jetzt zum artikel 13 ich meine artikel 13 die meisten haben es von euch gehört ist in kraft getreten ist so durchgesetzt worden so am anfang von der debatte zu artikel 13 ich meine das ganze zieht sich ja schon eine weile mehrere monate und das ganze ist erst auch in den medien seit einem monat oder so präsent gewesen warum haben es davor die medien nicht gezeigt weil sie das so nicht haben wollten sie wollten das ganze durchwinken das ganze ist eine vorgespielte demokratie ich meine was haben die menschen gemacht die menschen haben fünf millionen unterschriften gesammelt es waren 50.000 leute auf der straße an demonstrationen und das ganze wofür für nichts das ganze wurde durchgewunken es wird den menschen nur vorgespielt dass sie eine möglichkeit haben etwas zu ändern ja ihnen werden die demonstrationen gestartet sie können unterschriften sammeln aber im endeffekt winken es irgendwelche 50 jährige einfach im eu-parlament durch die davon sowieso erstens nichts mehr leben und zweitens kein plan davon haben aber niemand hinterfragt sich das ganze es gibt im endeffekt immer irgendjemand der am längeren hebel sitzt das müsst ihr auf jeden fall verstanden haben gut gehen wir mal auf etwas anderes ein sagen wie ich stelle einem kumpel eine frage er gibt mir eine antwort auf die frage worauf ich dann antworte echt jetzt echt jetzt stimmt es oder ich antworte ich glaubt es nicht welche antwort gibt er zu 95 prozent immer ist es immer dieselbe antwort entweder fragt google fragt wikipedia oder lese im internet nach es sind immer die gleichen antworten das internet ist euer zweites gehirn und was dort steht wird einfach geglaubt egal was dort steht es wird geglaubt es wird euch vorgegeben ja in google steht einfach nicht alles drin das internet ist nicht google sondern das internet besteht aus google und dem darknet ihr habt alle bestimmt schon mal von dem darknet gehört ich persönlich war auch schon im darknet unterwegs genau dort wird alles gezeigt so wie es ist dort könnt ihr die wahrheit einfach ins auge blicken dort ist nichts zensiert dort nichts gelöscht da könnt ihr euch alle informationen besorgen ja warum ist das darknet ich sag mal verboten denn google ist genau das gleiche wie artikel 13 das ist eine zensur google ist eine zensur sie bestimmen welche informationen ihr euch besorgen könnt und welche nicht was ihr denken sollt und was nicht wenn irgendetwas veröffentlicht wird wovon niemand etwas mitbekommen soll ihr könnt gar nicht so schnell gucken da ist das video auf youtube gelöscht das sind informationen auf seiten wurden heruntergenommen und wenn ihr danach googelt findet ihr keine ergebnisse es ist so könnt ihr selber ausprobieren es ist einfach fakt das ding ist es werden ja zum beispiel manchmal von der csi von der armee von nsa irgendwelche dokumente veröffentlicht das hört man ja noch ab und zu in den nachrichten aber habt ihr diese dokumente irgendwo mal gesehen die findet ihr gar nicht in google aber geht mal ins darknet dort findet ihr einfach alles alles was sie sehen wollt jedes video nichts ist zensiert ihr habt alle informationen dort könnt ihr die wahrheit ins gesicht blicken dort wird euch nichts vorgestellt dort könnt ihr ihr gehirn frei entfalten dort könnt ihr euch eure eigene meinung bieten dort könnt ihr euch eure eigene meinung bilden es ist einfach fakt alle informationsquellen könnt ihr euch von dort beziehen und alles andere wird euch nur vorgespielt im endeffekt wird alles bestimmt wie der mensch denken soll auf jeden fall am ende des tages müsst ihr selber entscheiden was ihr glaubt und was nicht worüber eigene meinung bildet worüber nicht oder was sie hinterfragt und was nicht was ich euch hiermit auf jeden fall auf den weg geben möchte ist dass sie einfach nicht alles glauben im endeffekt könnt ihr auch nichts daran ändern aber es glauben was euch so erzählt wird bildet euch auf jeden fall eure eigene meinung und macht euch euer eigenes bild von der ganzen sache in diesem sinne würde ich sagen wenn euch das video gefallen hat lasst ein like da folgt mir auf instagram folgt dem youtube kanal und da würde ich sagen sehen wir uns im bis zum nächsten video peace finder